eine fette mit groß von mir auch mal vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen video von paragon einem zweiten und hier kann man jetzt wieder dieses deck aussuchen und ich nehme jetzt mal kämpfer angriffsgeschwindigkeit physischer Schaden nicht denn die ja haben einen Nahkämpfer genommen ein geilen Drachen beziehungsweise ich nicht hier und jetzt kommt mal was kann ich denn das ist von Hötting fein dem bei feind verursachen physischen Schaden und die Schussrate des Angriffes gut dass ich keine Schüsse habe aber holen wir uns L2 gedrückt zum aufwerten und dann Felsbrockenwurf verursacht für zwei Sekunden weil die Untertanen werden zurückgestoßen Lebensregeneration pro Sekunde sowie zusätzliche 4,2 pro Sekunde wenn du im Dschungel bist ich mache mal vier Eck da diesen Felsbrockenwurf da gibt es schon die ersten Kiste hinten kann ich mich irgendwie genauer angucken ich möchte euch jetzt mal was zeigen das ist mir nämlich aufgefallen das habe ich letztes Mal absolut nicht gemacht wo sind sie denn hier entstehen die blauen Untertanen tötet sie und sammle die Kugel ein und mann das ist ja das weiß ich Sammler hier ja genau Sammler da kann ich nämlich Prozent wusste nicht dass sie noch nicht gespawnt sind aber da kann ich Kugeln holen die quasi diese die Währung sind und mit genug Kugeln kriege ich dann auch Karten und mit den Karten kann ich mich dann ja verbessern Ui deswegen die sind gar nicht mal so unwichtig die zu kontrollieren so hab's halt nicht getroffen aber erstmal Farm sagen Farm so Felsbrocken Farm alles gleich ich nehme den erst auf und dann kann ich nochmal werfen zack wächter mit das muss ich halt nur nah ran hier damit ich da zuschlagen kann zack zack oh direkt verteilen hier doch da kann man aber auch feindlich führen deswegen zieh ich mich mal schon mal zurück und werf einen geilen Stein bam so bam 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 bitch zack jawoll aua aua ganz sachte hier kommt her ich fatsch euch weg ich fatsch euch weg naja du scheiße da auch schild ich hab geachtet okay äh wir können uns aber was schönes neues kaufen erhöht die bei Feind verursachen physischen Schaden und Scheidern somit die überlebenschancen mit das Leben so dass man im Kampf länger durch hält öhre die Chance ein Feind mit einem kritischen Treffer und einen Standardangriff schwer zu verletzen dann heiltreisen was ist das in seinem Sammler schneller Sammler schnell was was sagt und ich meine wenn dieses Schutztolle Platz hier okay äh mit den Schaden ach so das ist jetzt ach so das ist jetzt hier die erweitert von der quasi ja sieht so aus äh oh ein bisschen mehr Leben kann man sich mal gönnen denke ich 3 Dingen haben wir auch noch ähm was soll ich denn hier jetzt noch holen was mich noch stärker macht ja kritischer Schaden aber das kommt auch bei passiv hin oder was ah ne okay so mehr können wir jetzt nicht hüpf hüpf jetzt mal sprung mit r1 das machen wir jetzt mal so gibt sind die Sammler mittlerweile aktiv äh wo war der jetzt nochmal war der hier hier war der okay hier ist irgendwie nichts du könntest sammler schneller entsenden wenn du eine schlüsselkarte ja aber muss ich hier jetzt noch was machen oder da muss ich mich nochmal ein bisschen rein prügeln holen ey 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 komm her jetzt geht's auf die Fresse schade doch nicht aber ich verteile hier jetzt ein paar Slaps ich muss mich aber zurückziehen wenn nicht prägar auf die Kräse machen wir ihn hier lieber zusammen oder ja 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 den haben wir den haben wir hu nochmal weggekommen ich möchte hier jetzt mal rechts bei dem Sammler gucken ne ne hier wird hier ist der Sammler ach so ich muss mich hier rauf stellen und dann wird der erst platziert dann kann ich in der Zeit ja Nebensregeneration hol ich mir da mal so ist das gerade nicht so spannend aber wir finden was neues heraus ist ja auch immer nice ich weiß mit L2 ach ja damit sammeln wette ich ja auch so Sammler wird gebaut und das alles kann man halt schneller wenn man diesen diese Schlüsselkarte gekauft hat oh wow ein Pünchen aber ich denke das wird sich da gleich ansammeln ich hau mal meine Kreis raus will er aber irgendwie nicht warum kann ich ich kann irgendwie meine Regeneration nicht anhören ich hab das doch freigeschaltet nein hier Achtung moin ich hab doch Kreis ach so das ist passiv also ist das Standard dass ich jetzt mehr regenerieren ja wer lesen kann es in der Vorteil wir besuchen tschüss so gib her gib mir gib mir ja los oh wir müssen die anbieten nr o nr 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 s nr s nr nr tay且 hole Four ou Penny treib idols lac anes sex ach so okay will ich dann auch dann muss ich mich mal hier einstellen und dann jetzt wollen wir auch mal wieder ins Spielgeschehen eingreifen okay so weit geht das gar nicht wie ich gerade gehofft hatte auch schade aber täglich ab okay ich kann mir meine Ulti hören ich kann mir meine Ulti Alter erhalte 100 Lebens pro Sekunde so wie ein sofortigen Felsbrockenwurf und eine erhöhte Sprungreichweite okay machen wir mal müssen wir einfach mal ein bisschen auszessen hier Bam Alter Au Ab okay ich war gerade echt dumm da einfach rein zu rennen weil ich scheiße mal auf den da und mach den Tower hier Au Bitch okay ich werde also größer glaube ich wenn ich die Ulti mache Alter wie viel Leben ich auf einmal habe aber ich bin auch schwerer zu steuern also ich laufe langsamer und jetzt bin ich wieder normal alles klar ach mein Männer ist zu niedrig Aua ich hab bestimmt schon hammer viel Karten gemacht ich sehe gerade gar nichts ich weiß gar die Furcht so so Lebensregeneration mach ich nochmal ein bisschen mehr das ist ja immer ne schlecht äh ha 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 Lebensregeneration ist immer schlecht merkt es euch für euer Leben äh ist nicht schlecht so ach wir haben den Tower down so nice Aua 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 ah da steht nicht genutzt macht 6 ich denke mir die ich denke mir die Aua 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 wir verzeichen verursachen schaden und die Schussrate ja gut dass ich gerade nicht sehe was ich noch frei habe unten habe ich frei so und rechts habe ich auch noch aber ich habe keinen Money mehr aber wir können jetzt mal ähm unseren Kumpel da holen wir sind bei uns und Sammler da haben wir zwei hier haben wir gehen ein gib mir zack so Sammler ist leer ich weiß gar nicht wie viel das jetzt bringt also was bringen wird ist auf jeden Fall aber wie viel habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung so der ist fast voll zack 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 ich habe keine Ahnung wie viel man von diesen Kugeln braucht um dann ähm tatsächlich selber ne Kartenmacht zu kriegen also ne Karte zu kriegen ja das sieht nicht gut bei ihm aus ja das sieht nicht gut bei ihm aus das sieht nicht gut bei ihm aus das ist wirklich scheiße aber ich bring ihn um ja Aua 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 ich krege hart auf den Sack gerade O ich mach mal Regeneration denn das kann ich immer gebrauchen Oh shit Zweiter Toad Aber macht gar nichts So und da war ich das noch So und dann können wir den Nächstes auch aufbessern Ich weiß ich mach jetzt nicht So viele Kills Meine Bots sind das Erd Die Kills machen und reißen Und alles Aber ich muss ja auch noch neu reinkommen Das ist jetzt meine zweite Runde Und für euch auch das zweite Video Also ich hab noch gar nicht außerhalb der Videos Mich irgendwie zusätzlich noch weiterhin informiert Oder sonstiges Von daher muss ich mir halt noch mal alles angucken Um euch das auch alles zeigen zu können Mit den Sammlern und alles Und das ist ja auch schön Weil man das dann auch zusammen rausfindet Aber wenn die Zuschauer nicht direkt mit allem zutextet So Was haben wir hier denn? Hui Oh shit Sollte ich mir glaube ich nicht schnappen Aua Komm mal her Ich brauch deine Hilfe So Mann Mann Ich muss das echt noch rausfinden Wann ich was Guck mal Alter hat er mir den Kill gesteilt Ich glaub's nicht Kill vom Bot gesteilt Nein Nein Ist gerannt Oh Bam 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 Stirb Kannst hinrennen wo du willst Dich flättig Kann ich mir mal helfen Die kleinen Lemminge hier wegzumachen Kann ich auch mal wieder aufwerten Mache ich mal den Sprung So Und jetzt hier Auf den Kern Äh Auf diesen Turm Bam 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 Zack Bitch schlepp Aua Ja egal Der Turm geht drauf Der geht drauf So Aua 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 So Dann springen wir mal rein Okay Mal wieder zu kurz Au 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 Was war das denn jetzt Verpiss dich Nice Nice Verpiss dich Airbnb pa lier oire Verpiss dich Un 땀� differ Siento bi Dich um das ars S 풀 Ich Si Die L Aqua äh ne musst du echt mal lassen also man merkt die eigenen Bots sind deutlich besser als die gegnerischen ist mir egal nein nichts tut sollte mir wahrscheinlich doch nicht so das machen wir das machen wir das können wir leider gerade nicht aber jetzt hier können wir nochmal 20 Sekunden müssen wir jetzt noch warten also kann man den Kameramodus wechseln ok er er weiß da alleine da 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 wie wie sie hier auf einmal sporen ich glaube ich komme mir nochmal die Sammler an ach ist das da unten links das Symbol ja ah ok ok also unten links seht ihr ja diesen erst mit der game 27 drin dachte erst als mein Level aber das wäre ein bisschen zu hoch mein Level ist rechts Level 9 und ähm wenn der Kreis voll ist dann kriege ich immer Karten so und der erfüllt sich halt indem man die Kugeln einsammelt und das bringt doch schon was dann ja mal sterben meine Bots eigentlich überhaupt irgendwann mal ach ok jetzt check ich auch was das da oben ist das ist quasi die Respawn Anzeige Alter es kann nicht sein dass ich dich voll nie hinfliegen einfach nie einfach nie so ich werde jetzt mal ein paar Minas weg wollen eigentlich wollte ich die erst mit den besseren Stein treffen aber das ist aber so boah der hat gesessen endlich hat mal einer gesessen so Emma rauf hier und dann gehe ich nicht mehr den Rücken zu dem Spawn stellen ok ich muss raus wir haben nur noch einen Aua äh nicht hin die Norsch so ich mach nochmal Lebensregeneration so los gehts wollen meine Leute hier eigentlich auch mal mit rauf schießen oder was Aua aua sie die 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 das macht er hier beginnt rückzug oder zieht sich zurück sich verbessern zu können wir sind auch wieder da zack jetzt geht's die jetzt mal in der Mitte den Individuen kaputt machen dann können wir nämlich da auch zum kehren und loslegen ja verteilen alter bittschlepp 129 schaden jetzt macht ihr mal kaputt den scheiß man das kann nicht sein schade der stein hätte auch schnell Schneller! Alter, das sollte ich nicht wegbringen. Fuck, das hätte ich nicht machen sollen, ihn ankreisen. Steht doch im Heavy-Tor drin. Bin ich bekloppt? Na egal, hier. Bekarrt auf den Sack, der Junge. Schade. So, jetzt mach den Scheiß hier kaputt. So, auf jeden Fall gestorben, aber er ist kaputt. So, dann können wir auch nochmal kaufen gehen. So, zack. Aber nein, das können wir nicht so viel machen. Was ist das für ein Blitz? Kein Helm von der aktuellen Position aus Folge. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht zum Abhauen. Er leitet ein feindlicher Held Schaden, kann die Karte fünf Sekunden lang nicht genutzt werden. Alter! Wenn du gar mit Abhauen willst und dann greift dein Team einfach weiter an und kannst du deinen Abgang machen. So, ich mach besser mal den Sprung auf. Zack. Oh, da kam gerade irgendwie ein Zeichen zu dem Lenkenden in Evil-Druck von denen. Ich glaube, den will jemand aus meinem Team zerstören. Aber ganz ehrlich, warum, wenn ich jetzt zum Kehren durch kann. Warum hüpf ich eigentlich die ganze Zeit? Hüpf, hüpf, hüpf. Hör mal vor, ein Drache kommt auf mich zu, aber der hüpf halt die ganze Zeit. Auf. Oh! Die Explosion möchte ich nicht abkriegen. Oh, jetzt ist es noch zwei hier. Jetzt! Fress, fress! Zack! Hör mal, wie viel Damage ich mal mit dabei mache. Mann, ey, jetzt! Langsaber! Es hört doch mal auf, hier zu spawnen, ey. Hier, nervt alle! Okay. Das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Ach, wir haben noch Leute drunter, nice. Ja gut, beim Power. Hä, wo bin ich denn noch, Wummer? Ich wurde gerade irgendwie weggeportet. Fuck! Okay, bei 82% haben wir ihn. Wir haben auch... ...die wir hier wieder schön benutzen können. Ich hatte doch irgendwo Leben. Da. Bessern wir jetzt noch Leben auf. Da können wir nämlich mehr aushalten. Und gleich auf den Turm gehen. So, Felsporn nochmal erhöht. Mann, die sind eigentlich gar nicht mal schlecht, die Fähigkeiten. Die machen gut damit schon alles, aber... Wenn man damit halt nicht trifft, ne? Ich muss da reinkommen, dass ich da auch treffe. Okay, er schießt auch richtig schnell. Dieser Feuerrat, ey. Los, Jungs! Schneller! Wir wollen hier jetzt mal das Spiel beenden. Jetzt sollte ich jetzt einfach mal links und rechts ein bisschen aushelfen. Damit, äh, unsere anderen Freunde dann auch mal mit auf den Kern gehen. Denn irgendwann sworn die ja immer wieder. Und die immer nur zu zweit wegzumachen, ist dann doch schon ein bisschen hart, um dann auch noch auf den Kern zu gehen. Okay. Wo renne ich hier gerade hin? So. Verstärkung kommt! Ich bin, glaube ich, Tor! So! Alter! Der macht jetzt einen Abgang. Komm! Komm! Ja! Ja! Er macht locker einen Abgang. So! Ich möchte jetzt mal laufen. Ich möchte hier nämlich links erst den zerstören. Leider haben wir gerade keine Leute hier. Die muss ich erstmal hier unterstützen. Farm! So! Und jetzt... Äh... Jetzt! Fuck! Ich dachte, ich kann das nicht... ...bringen. Nur ein bisschen Wegschwarzen. Zack! Aufregen! So! Jetzt haben die gar nichts mehr. Nur noch den Kern. So! So! Wenn wir hier jetzt attacken. Komm! Los! So! Ganz gemütlich hier draufschlagen. Juckt sie einfach nicht, dass ich hier einen Core attack. Bam! Bam! Das Ding ist, der Core, der macht mir auch gar kein Damage. Weil ich regeneriere. Ich habe ja die... Faktionsfähigkeit. Also jetzt habe ich gerade ein bisschen reingekriegt. Aber... Guck dir! Ich krieg keinen Damage abgezogen. Und... Down! Hier nochmal reinhauen. Jawohl! 240! Und dann noch einen Schlag. Jawohl! So sieht's aus. Das ist das Gewinnerteam. Hat zwar ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe mir ja auch die Sammler angeguckt und das alles... What the fuck, Alter? Was ist denn... Warum hat der sich gekauft, dass er schneller Dingens senden kann? Das macht keinen Sinn. Das hat er doch gar nicht gemacht. Mann, was ein Noob. Kauft sich Sachen und benutzt sie ja nicht. What? Das ist ja auch geil. Das spielt man gerade. Das kommt dann gerade fertig. Und dann kommt dann einfach so ein Patch. Bam! Also das muss ich sagen, das hatte ich auch noch nicht. Das ich während ich gerade gespielt habe ins Patch kam. Äh... Ja gut. Dann müssen wir hier jetzt die Folge beenden. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Natürlich auch über einen Kommentar. Und ansonsten wenn ihr uns mögt und es noch nicht getan habt, ist natürlich auch ein Abo immer wieder schön. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss!